Einen schönen Nachmittag und ich freue mich, dass Sie gerade heute mit dabei sind. Österreich ist ein Musikland und zwar in jede Richtung. Wir haben großartige Sängerinnen und Sänger, wir haben Komponisten, Interpretinnen und der Punkt ist, die Liebe zur Musik ist in uns tief verankert, bei meinen Gästen heute Nachmittag auch, beruflich und privat. Man kann sagen, Musik ist deren Leben und einstimmen tun uns jetzt quasi ins Thema, die jungen Waldensteiner Georg und Peter. Viel Spaß! Die Musik ist seit vielen Jahren unsere große Leidenschaft. Und wenn wir auf der Bühne stehen, geht uns das absondere Kraft. Wenn wir miteinander feiern, dafür sind wir stets geboren. Wir haben das Herz und Musi längst verloren. Die jungen Waldensteiner spülen heute auf, die Sachserkleideln heikeltauf. An diesen Stimmung wird's halt gehen, das Ganze jetzt kleidern. Und wir drücken richtig drauf, die Hände hoch, denn jetzt geht's auf. Wir wissen, was den Fans gefällt, ja da geht's rum in jedem Zelt. Wir wissen, was den Fans gefällt, ja da geht's rum in jedem Zelt. Die jungen Waldensteiner, Dankeschön. Wir hören uns später, nehmt man zum Ganzen.